da sind wir zurück ich nehme direkt weiter auf und sprengstoff holen der andere müsste alles hier unten sein oder Bohrsteuerung Sprengstoff 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 ja Ich verstehe das gerade nicht. Hat der gerade getanzt? Ich verstehe das. Aida! Du, der hält ganz schön was aus. Du, der hält ganz schön was aus. Das war eine grandiose Vorstellung. Der Bohrer hat die Nacht zum Tag gemacht. Hier sind die Credits, wie versprochen. Hä, ich muss da noch Sprengstoff holen, oder? Ach, das ist alles was anderes? Ja, moin. Ja, für dich. Hey, danke. Druidi? Da. So, Astro-Mesh-Druidi. Du heißt ab sofort Druidi. Hey. Also, wir müssen uns aus cochEng��er der catch pavement aus. Oder schief. Oh. 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 Tja, da war er schneller tot als er geglaubt hat. Ja, 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 wie wunderbar, wir klatschen Gegner, so muss es sein. Ähm, hä? Hä? Was machst denn du? Ich muss bald mal von diesem nassen Schwamm runter und mir eine neue Crew suchen. Wer macht das doch? Was sagst du mir das? So ein Dulli. Schön, euch wiederzusehen. Ich wusste, diese Sklaven haben keine Chance gegen euch. Habt ihr einen der Mörder aufgespürt? Was habt ihr erfahren? Können wir etwas damit anfangen? Hier, eure Antwort ist auf diesem Datenpad. Das ist doch verrückt. Meinen die das ernst? Sklaven, die Sith werden wollen? Diese Mörder sind den Sith ähnlicher, als ihr es je sein werdet. Ja, wenn ihr meint. Ich informiere das Kommando. Ich... ich darf nicht mit den Sith Lords in der Blockade reden, aber auch sie werden davon erfahren. Es war eine Ehre, mit euch zusammenzuarbeiten. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. So, hier gab es doch wieder was. Ja komm, anlegen. 307. Ja. Komm, anziehen. Oh. Oh, die sieht besser aus, als die alte, muss ich sagen. Äh, ich hab ne Kette. Okay, das ist wieder ein Geschenk. Apropos hier, ähm... Fett, Fette, Fetti, Fett, Fett. Rüstung 153. Rüstung 200. Ja, weißt du, was? So. Steht dir perfekt, Süße. Ähm, ja, an dir, bei dir kann ich nur was praktizieren. Verkaufen, verkaufen. Medipack. Energiepack brauch ich nicht. Was? Was? War hier ein Event? Imperialer Comlink. Das kann ich nicht verkaufen, so ne Scheiße. Imperiales Datapack. Taschenreparatur-Sets. So. Leben Sie wohl. Ja, ja, du mich auch. Da hinten hatten wir jetzt alles, oder? Ja. Jetzt muss man hier vorgehen wieder. Ja. 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 Ja, dann. Ja, dann. Jill Ronnie Moore. So. Nur noch acht. Stimmt doch endlich. Verst. Oh. 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 Ich brauche doch hier noch so eine Wasserteile zum zerstören, oder? Ja, so einfach. So einfach geht das. Oh, 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 oh. Gibt es da oben Lootkisten? Komm, fett. Ja, ich mache die meiste Arbeit, ja. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Gibt es hier oben überhaupt irgendwas? Aber ganz ehrlich. Nö. Was ist denn da hinten? Ah, auf jeden Fall nicht auf dieser Map. Okay. Nö, da ist nix. Ah, das geht's besser. Äh, wo muss ich jetzt hin? Was ist denn das? 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 Okay, ich muss da vorne hin. Was ist denn das? 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 Bestimmt, wir haben wieder was Verkaufen. Ähm... Okay, was auch immer das ist. Benötigen Sie medizinische Hilfe? Ne, hier Verkaufen. Verkaufen, Verkaufen, Verkaufen. Was ist das? Lichtschwert des Oberhaupts. Ich würde das gerne verkaufen. Ähm... Wie teuer ist denn die nächste Aufrüstung? 50.000. Ernsthaft? Ei, ei, ei. Stimmhändler. Was ist das, was euch zusagt? Beehrt uns bald wieder. Da gibt's nix, okay. Zumindest vorerst. Nö. Oh, okay. Wo jetzt denn? Eigentlich nach da oben, ne. Hä? Was ist mich jetzt so verlaufen, ne? Geht sofort. Ihr gehört nicht hierher. Halt dein Maul. Möchtiger, Arsch. So, jetzt. Hä? Ich muss irgendwie jetzt doch da runterkommen. Oder da rüber. Oh. 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 Geht's einfach nicht weiter. Läuft. Geil. Wo soll ich denn dann dort hinkommen, bitteschön. Oh, Gottchen. Außer ich benutze das Teil. Äh, warum hat der gewummt, ne? Egal. Egal. Jetzt bin ich wieder hier. Da. 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 Ja. Da. Ja. Lass mich da hoch. Hä? Wie soll man da hochkommen? Hä? Wie soll man da hochkommen? Oh, lol. Welches Leile seid ihr? Furzen. Klatsch mal. Uff. Sofia. B. Ah. W. An. W. 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 warum hat er so viel ausgehalten alter war steige was komm ich hier vielleicht anscheinend nicht anscheinend nicht das ist cool wenn du als geist Wenn du jetzt zurückkehrst. Was war das für ein Arschloch? Oh, schade, da geht es nicht weiter. Hä, ich will jetzt aber da hoch und dieses Data-Gedöns-Dingsbums haben. Was war das für ein Arschloch? Was war das für ein Arschloch? Was war das für ein Arschloch? Was? Zerstöre die Landefläche oder wie? Ja, moin. Äh, wo geht es da lang? Da hin, gut. Äh, Palim, Palim. Wir müssen da und da und das. Gibt es doch dieses Data-Pack oben drauf. Das will ich haben. Wie man da auch immer hinkommt. Aber es ist richtig gut gemacht hier, muss ich sagen. Okay, das ist super. Genau, das ist ganz doll. Hinten ist so, wie der ein Arschloch ist. Wuhh, Tadde. Wuhh! Hmö, Tadde. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Läuft, würde ich mal sagen, da waren wir dauernd. Ich auch nicht. Läuft, würde ich nicht. Läuft, würde ich nicht. Läuft, würde ich nicht. Läuft, würde ich nicht. Wo hast du tot? Läuft. Druidi? Stopp, der ist weg. So, wie es aber weiter geht, erfahr mal in der nächsten Folge. Tschü tschü tschü. Läuft, würde ich nicht. Läuft.